So und jetzt war mit einer neuen alten Runde Vlive. Wir sind hier aktuell auf Glockwood Vlive und ich bin aktuell gerade mit meinem Psykeeper am Start. Das, wie gesagt, das Video hier ist schon etwas älter und was ich aktuell mache ist Rescue Farmen. Ich weiß nicht genau, was ich hier genau mit dem Ringmaster mache. Genau, jetzt passt es. Okay, ich sehe gerade aus der zweiten oder aus der anderen Perspektive, komme nicht anders aus als aus der Ringmaster Perspektive. Aber naja gut, wie dem auch sei. Wir fahren hier für alle Fälle Rescue auf die etwas, ja, meiner Meinung nach einfache Art. Und zwar, ich kann es nicht garantieren, wie lange dieser Bug dann funktionieren wird oder dieser Trick, ich weiß nicht, wie auch immer. Auf alle Fälle, wenn man mit dem Mount hier arbeitet, dann kann man quasi beim Ding hier, beim Psykeeper das F-Tool anmachen. Man legt sich den Action Slater eben auf, die F1-Taste, lässt er die ganze Zeit mit dem F-Tool die F1-Taste spammen. Und man spielt dann aktiv mit dem Ringmaster und läuft dann quasi ganz in einem Kreis und muss den ganzen, ähm, den ganzen Ding halt dann eben nicht hängen. Hier kommen übrigens die Nachrichten, wo ich mir dachte so, what the fuck, verkaufst du denn eine LGA-Ulti plus? Fragezeichen, ähm, deswegen, also beziehungsweise ich dachte mir so, ich hab, ich spiel nicht mal eine Blade und, ähm, deswegen, ich dachte mir so, what the fuck? Irgendwann sein gar nicht, aber gut, okay. Ähm, vielleicht dachte er sich auch irgendwie so, naja, gut, okay, der spielt die ganze Zeit live, der hat bestimmt schon wieder alle Klassen irgendwie auf 150 und, was weiß ich, vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, ähm, auf alle Fälle ist das so die einfachste Möglichkeit, ähm, um hier Rescull zu farmen, ähm, wobei Einflug jetzt relativ ist, man kann natürlich jetzt auch einfach das Ding tanken und healen. Ich glaub, der hat irgendwie maximal 30, 40k oder so, also quasi gar kein Damage. Und, ähm, deswegen, ja, es funktioniert auf alle Fälle mit, äh, auf mehreren Wegen, ähm, wobei ich sagen muss, dass das, dass der Mount wägt, dass der Wege mit dem Mount, äh, glaub ich, so mit Abstand der beste Weg ist, ähm, und es lang natürlich noch mit Skills drauf castet und so, kriegt man kein Akko, das heißt, also mit Blade und so funktioniert das natürlich jetzt nicht, das heißt, wenn man Autotext drauf macht, dann, äh, switcht der Akko, aber mit Skills und so ist das Ganze problemlos möglich. Ähm, ja, und ansonsten kann ich nur sagen, wenn man es auf alle Fälle dann, äh, Grimorre of the Risen farbt, oder wie man auch immer das Ding ausspricht, Grimor of the Risen wahrscheinlich, irgendwie so, keine Ahnung, ähm, dann ist das auf alle Fälle, glaub ich, ein ganz guter Weg, und, ähm, ja, ich werde es wahrscheinlich auch gar nicht mehr weiter kommentieren, oder nicht mehr wirklich lang weiter kommentieren, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob es hier mit diesem Trick dann, oder ob dieses, dieses, dieser, wie soll ich es nennen, oder wie soll ich den Überbegriff nennen, diesen Trick, diese, diese Fahrmethode, diese Art und Weise, oder was auch immer, ähm, ob das dann nicht genauso ergeht, wie den letzten Sachen, ähm, die ich da so aufgenommen hab, ähm, so mit, ähm, einigen Sachen, die halt dann eben so ein bisschen OP waren, oder halt eben, wie dem auch sei, ähm, ob das Ganze dann mit dem nächsten Patch, oder so, dann eben verändert wird, kann ich nicht sagen, und so, aber ich sag nur, ich würde es vielleicht direkt farmen, und nicht erst warten, auf irgendwas, und so, weil es besteht halt die Chance, dass es eventuell dann irgendwann nicht mehr funktioniert, oder so. Wobei ich glaube, dass das Ganze hier so irrelevant ist, ähm, weil man, äh, weil es den generellen, okay Traubberater hat, eigentlich, und, ähm, also ich mein, gut, für ein perfektes Schild, musst du trotzdem noch ein bisschen farmen, und Geld ausgeben, und so, deswegen, ähm, ja, man, wenn man das Ganze so bedenkt, wie oft hast man das Ding mit Farmen, und so, dann ist die Traubberater eigentlich schon ganz in Ordnung, ähm, weil man killt es nicht nur ein-, zwei-, dreimal, sondern vielleicht zehnmal, zwanzigmal, je nachdem, ähm, ich hab jetzt glaube ich schon drei Schilder, mit jeweils sechs Versuchen drauf, äh, und ich hatte bisher kein perfektes Schild dabei, deswegen, ja, könnt ihr euch jetzt dann denken, wie oft ich dieses Ding schon, oder wie oft ich dieses Ding dann so irgendwie farmen muss, ähm, und, ja, jetzt glaube ich kommt noch irgendein anderer Spieler her, der das ganze Ding auch farmen wollte, äh, mit dem hab ich dann ein bisschen geschrieben, ich werde gleich nochmal einen Timelapse einbauen, ähm, und, ja, genau, ich hab mit dem Typ noch, wie gesagt, ein bisschen geschrieben, äh, ist vielleicht dann auch ganz lustig, wenn ich dann nicht nur hier, äh, da stehe, und Skillscast ist, und wenn ich dann eben auch noch, äh, mit anderen Typen ein bisschen schreiben kann, und so, und geschrieben hab, ist vielleicht auch ein bisschen Abwechslung zum Mitlesen, wenn man grad das Video schaut und nicht nur zuhört, und, ja, auf alle Fälle kann ich so sagen, das ist der einfachste Weg, und, ja, dann sag ich mal, euch viel Spaß beim Farmen, ich so danke fürs Zuschauen, und jetzt weiter mit dem zweiten Teil. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.